Ich hab Space und ich traite zusammen. Oh! Oh, Granny! Nein! Hab ihn! Alles gut! Grab! Hab Granny! Aus! Ja genau, mit Tester. Nein! Nein, mit Tester ist ja viel spannender dann. Natürlich! Macht Sinn! Ich bin Indon! Wir sind ja beide Träder, ne? Hä, sind wir? Granny, hast du mich geschlagen? Nein! Oder warst du tot? Erfur killt Felien! Ich hab das Szenario von letzter Runde nachgespielt. Wie kommt man denn da hoch? Oha! Ich fang mich auf. Oha! Nein! Du hast mich fast totgeschlagen gerade. Der Erfur ist ein bisschen aggressiv. Felie ist tot. Felie ist Traitor. Was passiert hier? Hallo? Es wurden zwei Traitor getötet. Ja. Ich bin gestorben, ich war Traitor. Es leben aber noch sechs Leute alle. Wir waren ja aber auch nur zwei. Ich will das nicht. Er wird mir zu viel geschlagen. Tschüss! Er ist Traitor. Nein! Nein! Willst du ein Eisenschwert? Ja! Nein! Nein! Warum nicht? Aber das lebt nicht. Warum darf ich das nicht in deinen Kopf stellen? Weil das ist mein... Dann läuft mein Kopf aus. Ach der läuft aus! Oh ist okay, das ist nicht so lecker. Ja, da kommt dann oben rote Soße raus und dann ist... Okay, dann lassen wir das lieber. Vollzeug. Wo bist du? Also ich bin ja sehr... Ich bin ganz unten. Vertrau dem. Der fordere mich. Warum? Grenny zieht auf mich. Nur wenn er kommt, bis zum Kurven durchsteht. Grenny ist verrückt geworden. Hilfe! Was soll das hier? Hallo? Phoenix, Phoenix, du kleiner Limmel. Jeder ist unschuldig außer Phoenix. Töte ihn. Okay. Töte das, bevor es Eier liegt. Bleib doch mal hier. Oh! Oh, ja. Der wird gewalttätig. Oh Gott, ist es halt tatsächlich. Hallo? Ja, ich bin's nicht, aber ich schieße einfach nur noch hin. Jetzt geh mal weg von mir hier. Ich... Oh Grenny! Grenny! Nein, hab ihn! Alles gut! Hab Grenny. Loil! Aus! Hm. Ja. Hey, Befehler, Stumpf, Allwege. Ich glaube ich bin der letzte Indoor. Äh, ne. Echt ne? Ich bin auch noch. Hey, ich bin auch noch mit dem Indoor. Hallo! Ich bin der Indoor. Hä? Nein, nein, nein. Wo bist du Erpfe? Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Drei, Zwei, Eins! Es ist so lächerlich, es ist so lächerlich. Hoi Leute, Detective Phoenix. Es ist wirklich kommend. Also, wer ist schon wieder? Nein! Alter! Ohne Scheiß! Nein, ich bin gar nicht. Nein, gar nicht. Er ruft einfach meinen Namen random. Warum ruft der Detective einfach den Namen random und ist dann tot? Ich weiß es nicht, aber... Ist halt ohne dich gewesen. Ich kann es nicht erklären, aber ich sehe es so. Ah! Er ist hinter mir, vielleicht tötet er mich. Granny? Haha, Granny. Wir lassen jetzt töten, haha. Hab ihn! Haha, haha, haha. Okay. Ja, okay, Space ist... Ja, okay, Feli... Feli hat Granny auch entgegriffen. Ich auch. Vollzeit ist... Ich kam gerade erst, what the fuck? Ich glaube, es ist der Erfolge. Nein! Ich glaube auch, dass der Erfolge ist. Nein, ich kann nicht weiter sein. Ich kann es beweisen, warte. Es geht gar nicht. Ja, dann mach mal. Bitte. Nein, warte, ich bin noch nicht. Geh weg, geh weg. Ich beweist, dass ich irgendwo bin. Pass auf, pass auf. Er springt runter. Ich hab den Kill bekommen. Minus 10 Karma. Äh, ja, Feli und Vollzeit, tötet euch mal. Nee. Doch? Ja, ihr müsst. Aber vielleicht bist ja auch du Traitor. Nein, ich hab Granny gekillt. Kündig jetzt Vollzeit. War denn Granny Traitor? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Tschüssi. Endlich wieder Traitor. Alter, nice. Da haben wir schon wieder Detektiv. Ich habe Space endlich Traitor zusammen. Meuer! Weiß jemand, wo das zweite IC-Shirt ist? Ja, hier unten. Zeig mal. Wieso boxst du mich? Boxkampf? Kommt jemand mit mir hoch. Ich will hier mal einen sein. Das war bestimmt der, bitte. Okay. Komm mit hoch, bitte. Ich glaube, wir wurden gefunden. Lauf! Lauf! Booste mich, booste mich. Ich kann nicht raten. Ja. Oh, scheiße, ich wurde getroffen. Oh, oh, oh. Warte, ich booste dich. Oh, schnell hoch. Lauf. Nein! Wenn der Traitor kommt nach oben, ich rette dich dann. Nein, ich komme hier nicht durch. Scheiße, ich laufe. Wenn wir den Traitor werden, bitte. Ich schließe nicht euch an. Bitte. Nicht tot. Ja, dich bringen wir nicht an. Ja, wir gehören zu uns. Ey! Seid ihr wirklich Traitor? Ich helfe euch. Ich helfe euch. Ich helfe euch. Ich helfe euch. Jetzt sind wir hier drei, alle oben Traitor. Wir sind Traitor. Kommt hoch, Leute. Kommt hoch. Hier geht ein bisschen Party. Hier oben ist es Traitor. Hier ist jetzt auch noch Traitor. Geil, ey. Ja! Noch ein Traitor. Will noch jemand hoch? Bevor wir hier alle killen, will ich, dass noch ein paar hochkommen. Warum? Vielleicht ist es nicht, wenn du jetzt auf Feli gehst und ich nehme er vor? Sag mal. Ja. So auf 3, 2, 1. Ja. Die Feli würde ich richtig Angst haben. Ja. 3, 2, ich boz. Ey, wie ist denn sie da oben gekommen? Sie hat mich abgeschossen. Ja. Ach, da kommt. Jetzt kommt die anderen. Hä? Wie sind die anderen? Hey, ihr Traitor-Freunde. Hi. Hi. Okay. Traitor-Kollegen, was machen wir jetzt? Ja, lasst hier hinten alle einfach ins Wasser runterspringen. Lasst uns an Traitor. Ja, hier unten ist Wasser, Leute. Lass da alle runterspringen. Leute, das war nicht Absicht. Das war keine Absicht. Kommt ihr hier mit runter, hier um das Wasser. Leute, hier ist Wasser. Lass alle MLG machen. Ich springe als erstes. Wer war das? Oh, Granny. Hi. Hi. Hey, Granny, schlag mich. Du kleiner. Granny hat mich geschlagen. Ich hab ihn gekillt. Er war innocent. Hallo? Ich hab dich eben schon mit dem Schwert geschlagen. Oh, pass auf, Feli. Nein, Feli ist tot. Oh, Leute. Ich bin Inno. Ey, Mann. Ich hätt mich nicht gewonnen. Ey. Es tut so weh. Hä? Oh, Space scheint zu sein, oder? Vollzeit ist Space? Nee, ich bin's nicht. Vollzeit ist Space? Ja, also. Haha, ich hab ihn noch losgesteckt. Nice. Scheik. Wumms. Zack. Wir gewinnen sogar, obwohl wir sagen, dass wir beide Traitor sind. Boah. Eli. Will. Oh, Eheon. Bis zum nächsten Mal.